hallo freunde der virtuellen realität schön dass du eingeschaltet habt zum heutigen video und wie ich schon erwähnt habe in den vorherigen demio videos auch und in der news sendung dass ich dieses paket hier verschenken möchte oder als verlosen möchte das ist das demio set was es nirgendwo zu kaufen gibt das haben wir zu releasetag bekommen also die die via youtuber die das vorab zeigen durften und ja ist ein cooles set ich zeige euch jetzt mal ganz schnell mal ganz kurz was da so drin ist und wenn es interessiert wer es genaue unboxing sehen möchte den packe ich mal hier oben in infobox das video vom unboxing könnt ihr euch noch mal genauer anschauen und ja es ist einmal hier so ein kleines büchlein dabei wo die ganzen ja charaktere drin sind die ganzen karten sind da erklärt und ja eigentlich richtig cool gemacht hat man sonst nicht so wirklich bei bei games dass man so ein set dabei hat ganz neu kam jetzt zum also oder vor dem update von real of the red king dieses heftchen hier da sieht man auch noch mal ja die neuen feinde in den rattenkönig den wir leider nicht gesehen haben weil es einfach zu schwer ist also dieses neue update ist echt die hölle wenn man mit vier leuten spielt ja noch mal den gorgon den hammer auch gestern noch kennengelernt und ja was sonst noch gibt und echt cool gemacht also danke an resolution games dass sie mir hier dieses set zur verfügung gestellt haben ja und dann haben wir einmal hier so ein set von ja tabletop game würfeln sage ich mal ich habe keine ahnung von tabletop spielen aber hier sind so verschiedene würfel dabei ja ich denke mal tabletop fans werden mit sicherheit wissen für was das alles ist angriffswürfel verteidigungswürfel und so weiter und so fort also wie gesagt ich habe keine ahnung ich habe einmal hero quest gespielt das war es auch obwohl ich dieses genre eigentlich cool finde genau die mio liebe ich liebe dieses game also kann man sich richtig drin verlieren meiner meinung nach und ja dann haben wir noch ein paar figürchen dabei bekommen hier ist dieses dieser charakter der uns am anfang begrüßt und in den dungeon geleitet das ist uns ja auch freundlich gesonnen und was ich cool finden würde wenn das spiel dieses set hier jemand gewinnt der ja solche figuren es gibt ja leute die sammeln solche figuren und bemalen die auch und da fände ich cool wenn es wirklich jemand gewinnt der wirklich mit viel liebe diese figürchen bemalt und ja mir dann auch eventuell foto video zukommen lässt wie die dann nachher aussehen also das fände ich richtig richtig gut weil ja da kann man die so richtig zum leben erwecken hier haben wir noch mal so einen riesen toll glaube ich war es und ich glaube die figürchen kommen alle aus dem 3d drucker aber sehen echt sehr detailliert aus finde ich echt cool gemacht und ich glaube wenn man dann händchen für hat kann man die richtig schön bemalen hier haben wir noch mal so ein hexer und ja das set kriegt man halt aktuell nirgend zu kaufen ich weiß auch nicht ob es irgendwann überhaupt mal zu kaufen gibt hier haben wir so eine ratte nicht der rattenkönig aber eine ratte also ich finde es cool ich finde es auch super dass ich hier so ein set bekommen hat hier sind so ein paar sticker dabei karten ne ja dieses set könnt ihr gewinnen und ja wie gesagt ich würde mich mega freuen wenn es jemand gewinnt der eh solche sachen sammelt der so wirklich tabletop games sammelt oder diese figürchen auch diese world of warcraft figürchen gibt es ja auch und die werden dann schön bemalt und so also das finde ich richtig gut wenn dass da jemand gewinnt der da sowieso fan von sowas ist ne also wäre klasse wenn nicht auch egal also jeder kann natürlich hier mitmachen es ist natürlich so dass ich dieses gewinnspiel jetzt nur für deutschland mache und ja in die schweiz zu senden oder nach österreich kann mitunter sehr sehr teuer sein kann 35 bis weiß ich nicht 50 euro seien je nach zoll und so weiter und habe ich mich jetzt nicht wirklich mit beschäftigt also ich würde den versand innerhalb deutschlands komplett übernehmen also es geht auf meine kappe ich verlose das hier für euch und zahle dann auch den den versand wenn ihr aber jetzt aus der schweiz oder österreich kommt ihr wollt aber trotzdem unbedingt mitmachen können wir so machen gerne dass ich gerne bis deutschland bezahle und ihr den aufpreis dann halt zahlt was es dann ab der grenze kostet ich weiß nicht ich habe mich da jetzt nicht wirklich beschäftigt ich habe eben mal ganz kurz reingeguckt und habe gesehen dass der versand echt mitunter sehr sehr teuer sein kann und je nachdem ob es dann im zoll landet oder nicht wird es dann nochmal teurer und ja ich weiß nicht ob das sind dann wirklich sinn machen würde wenn dann jemand von außerhalb der in deutschland dann mitmacht aber wie gesagt könnt könnt ihr dann trotzdem gerne machen wenn ihr wollt und ja wie könnt ihr mitmachen also ich würde sagen ihr beantwortet mir folgende frage und dann werde ich nächste woche mittwoch ja eine verlosung machen von allen leuten die da mitgemacht haben wo die antwort auch richtig war die sind dann quasi im lostopf dabei und mal schauen wie viele leute mitmachen ob ich das mit einem comment picker mache oder auch nochmal per hand ziehe müssen wir dann mal schauen wie viele leute da interesse haben und mitmachen auf jeden fall ich habe jetzt ich glaube drei partien demio gemacht und was habe ich in den drei partien immer gespielt was für ein charakter war es der assassine war es der bogenschütze war es der zauberer und ich weiß gar nicht was es sonst noch gibt assassine zauberer bogenschütze und dieser krieger also diese vier klassen gibt es ja welche klasse habe ich jetzt in den spielen gespielt beantwortet mir diese frage in den kommentaren und ja dann seid ihr mit im lostopf und nächste woche mittwoch ist glaube ich der siebte siebte dann gibt es dann die auslosung für die miu für das ganze set hier und ja ich würde mich natürlich freuen wenn ihr zahlreich mitmacht ich habe da ich finde es echt mega cool dieses dieses set aber ich habe da echt keine verwendung für und ich denke dass da unter euch zuschauern mit sicherheit jemand dabei ist der damit viel viel mehr anfangen kann als ich der ein schönes regal hat der sich die figürchen da schön reinstellen möchte und so weiter und so fort und ja wie ich schon eben erwähnt hatte mit dem anmalen wäre natürlich mega cool würde ich dann auch gerne ja auf meinem kanal dann auch zeigen wenn es dann schön angemalt wurde und ja dann wünsche ich euch jetzt mal viel glück und ja wir sehen uns dann bei der auslosung bis dann ciao bis dann 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 bis dann